Hallöchen Leute und herzlich willkommen hier zu der Alarmanlage Updates Video sozusagen und zwar geht es hier um Alarmanlage Survival, dass man sie einfach im Survival aufbauen kann, denn hier sind ja Common Blocks dabei und die kann man nicht im Survival haben und deshalb alles noch mal im Survival für den Quickset Camera. Und zwar Druckplatte oder sonst eine Wire die das macht und zwar haben wir unten was ganz einfaches aufgebaut und zwar ein Retson Block, Repeater dann hier eine Stick Piston die dann den Common Block hier nach vorne schiebt wenn der drauf läuft dann hier wieder ein Repeater also die Repeater machen dass das Retson Signal durch die Blöcke geht und wenn es hier an ist dann kann es auch hier durchgehen dann hier weiter und dann zu diesen Lichtern machen oder was auch immer was du halt anschließen willst oder was ihr da anschließen wollt und so jetzt habe ich sie einfach angeschaltet jetzt kannst du einfach so machen einfach so ein Ding und dann kannst du rausschalten und dann kommt hier nichts und ja so kannst du das so machen wie du es willst du kannst auch ein bisschen anders bauen aber ja Platz sparen da könnte ich das jetzt eigentlich ein bisschen bauen aber nicht viel nicht viel Platz sparen da wie gesagt und ja ich denke mal das war's von diesem Video von Retson zwischendurch und so weil es ja kein Retson Day ist und der nächste Retson Day sollte halt am Mittwoch kommen naja falls ihr irgendeine Idee habt was ich machen sollte dann schreibt es mir weil ich habe keine Ahnung was ich machen sollte sonst muss ich noch ein bisschen recherchieren und suchen und dies das und ja ich hoffe euch hat das Video gefallen wenn ja dann gibt noch ein Like ab und ihr habt wahrscheinlich gehört ich bin ein bisschen komisch rauf und so und meine Stimme ist nicht so normal ich bin ein bisschen krank oder so kein Plan und ja tschau Leute bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal